Hallo, heute werde ich über das Tefal Raclette Ambience Tischgrill berichten. Ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den richtigen Wahlkanal zu abonnieren und das Video zu liken. Lasst uns anfangen! Ideal für große Partyrunde. Ein Raclette Grill für spaßige Raclette Abende im Kreise der Familie oder Freunde. Mit dem Raclette Grill Ambience können Sie sich auf einen raffinierten Raclette Grill freuen. Mit 10 antihaft versiegelten Pfännchen für unvergessliche Abende unter Freunden oder mit der ganzen Familie. Ein sehr praktisches Gerät, das auch als Grill verwendet werden kann. Dank des abnehmbaren Kabels lässt sich der Raclette Grill problemlos verstauen und bietet mit seiner Thermospot Temperaturanzeige einen äußerst praktischen Vorteil, weil Sie immer genau wissen, wann das Gerät einsatzbereit ist. Großes Raclette für Ihre Raclette Party. 10 Pfännchen und große Grillplatte für den großen Genuss. Antihaft beschichtete Grillplatte mit Temperaturanzeiger. Der Thermospot färbt sich rot, wenn das Gerät perfekt vorgewärmt ist und Sie starten können. Abnehmbares Anschlusskabel. Abnehmbares Anschlusskabel zur leichten Verstauung. 2 Meter Länge. Antihaftversiegelung. T-Fall, Antihaftversiegelung auf der Platte und den Pfännchen. Kein Andrinnen und leichte Reinigung. Zubehör inklusive. Im Lieferumfang der Tischgrill 10 Pfännchen inklusive. Ein Ausschalter. Bequem und sicher direkt am Gerät. Stiftung Warentest sagt, gut, 2,5. Die Stiftung Warentest verlieh diesem Raclette im Raclette Test 12 2019 die Note gut, 2,5. Der Tefal RE4588 punktet in erster Linie mit einem sehr guten Ergebnis beim Grillen. Dabei entsteht ein schönes Muster, das Appetit macht. Dass Sie etwas lange auf Steak und Co. warten müssen, kann daher verschmerzt werden. Bis zu 10 Personen können mit dem Gerät versorgt werden. Allerdings eignet es sich weniger für runde Tische. Ich habe mir die Wertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Alles aus eher klapprigen Plastik besteht. Die Pfannen haben keinerlei Halt. Beim ersten Gebrauch löste sich an einigen Stellen die Beschichtung ab. Nicht möglich individuell die Hitze variieren. Die Schieber muss man sich extra kaufen. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Schnelles Aufheizen der Wärmeleistung. Lässt sich alles ganz leicht reinigen. Absolut gleichmäßiger Hitzeverteilung. Schnelles Zubereiten der Speisen. Günstig ist die sehr schlanke, lange Form. Beschichtete Platte ist sehr brauchbar. Kabel lässt sich von Gerät abstecken. Das war mein Testbericht zum Tefal Raclette Ambience Tischgrill. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!